servus leute was geht ab und willkommen bei einem neuen video ja freunde ich werde jetzt meine mutter pranken ich werde gleich so tun als ob ich richtig schnell hier bei uns die treppen runter geht von den treppen falle und richtig laut schrei und wenn sie kommen sage ich wieder auf meinen arm gefallen und mein arm ist wieder gebrochen ich bin richtig gespannt wie sie reagiert leute ich nehme euch mal mit habe jetzt eine zweite kamera vorbereitet ist da leute jetzt werde ich das ganze erstmal platzieren für diese kamera werde ich jetzt ein stativ holen und das ganze in die ecke machen so dass meine mutter das nicht beachtet und sieht so Musik 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 ! Ah, ah! Ah! Ah, Jörg! Ah! Wieso? Ja! Ja, was ich hier? Du bist so wie vor. Ich will aufs Knieglauble. Das ist so schön. Das ist so schön. Das ist so schön. Aber ich habe so schön. Das ist so schön. Das ist so schön. Das ist so schön. Das ist so schön. zwei da 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 es está es 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 und das ist eine ganz kurz damit ihr versteht warum meine mutter gerade ausrastet weil ich gesagt habe dass ich ausgerutscht bin vor kurzem hatte ich mir hier schon den arm gebrochen gehabt dass er noch eine narbe ich hatte gesagt habe dass ich von den treppen ausgerutscht bin und mir so den arm gebrochen habe und jetzt bin ich noch ausgerutscht und die rasse da komplett ausreichend die treppen immer runter lauf ich dann normal gehe der fischbar ist mein weiterschauen das ist Look, you tell me what? You tell me what. Ah, hey. What the hell? Hey, hey. You're here. Does it well? You can tell me. Don't you know what I will do? Oh, hey. Hey, hey. Hey, okay. Hey, hey. Hey. Hey, hey, hey. 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 Ja, du hast doch das gemacht, eigentlich das gut zu sein. Aber du kannst dich wiederholfen. Wenn du eine Shawn schlafen hast, kannst du hier sein. Kaffee noch ein bisschen mehr. Du kannst dich an deine Brüste machen. Ja, ich sage dir. Ja, du kannst dir einen kleinen Brüste nicht mehr Londen zu machen. Du kannst dich in unserer Brüste nicht mehr bei dir. Ist es? Nein, man. Es ist ja nicht so. Ich habe nie das. Wie wär das zu machen? Ja, was du an? Ja, ich hab's nicht in-Mitglied. Warte das jetzt? Ja, ich kann mich die öffnen. Ja, ich werde dich nicht mehr. Ich bin dann... Dann kann ich das noch. Ich bin das jetzt. Ich bin das jetzt. Ein bisschen. Ich bin wütend. Der Telefon ist mit einem anderen, die ich mich auf der Seite verletzt. Die Telefon, die ich mir auf der Seite finde, ist, dass ich dich auf der Seite meinen Namen habe. Wann kommen wir? Wann kommen wir? Wann kommen wir uns? Wann werden wir uns vor? Wann kommen wir uns? Wann kommen wir? Untertitelung. BR 2018 Doch du hast fange zurück. Du hast wundern. Du hast du freu? Du hast wundern. Du hast mich tanvt! Leute, das hat am Anfang gar nicht geglaubt, ähm, erst am Ende wurde es ein bisschen ernst, da hat sie es abgekauft, hat meiner Schwester eine Sprachmio geschickt, so einen Krankenwagen rufen, oh verdammt Leute, yes, oh geil. Nichts, wenn man einen Arsch auf dem Weg macht, nicht mehr, weil man sich nicht mehr an dem Weg vertreten will. Wie gehts? Dein Schick. Das ist eine kleine Schöpfung, weil es nicht mehr so ist. Ich weiß es nicht, es ist eine kleine Schöpfung zu bringen, sondern es ist eine kleine Schöpfung. Wenn wir die Schöpfung machen, dann die Schöpfung rausbringen. Leute, sie sagt zu meiner Schwester, ich sage so, guck mal, der Knochen ist übelst weit oben, die guckt sich das an so, sie so, verdammt, der Knochen ist wirklich weit oben, die brüht, ich schrei an, die kriegt sie voll Angst. Oh, Mom, I love you. I love you, Mom. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch mal einen Daumen nach oben da, ich glaube, als nächstes werde ich meinen Fadi verarschen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, wir sehen uns dann die Tage bei einem neuen Video wieder, macht's gut und haut rein, peace!